Sooo, Servus Leute und da sind wir bei der 4. Folge. Ja, was gibt's denn? Tim, wir sind noch gar nicht fertig. Guten Tag. Was? Tim. Wir sind noch gar nicht ready, Alter. Warum fängst du schon die 4. Folge an? Ist jetzt jeder da? Warum seid ihr noch nicht ready? Ja, ja. Ich mach mal kurz den Regen aus, ne? Ja, mach auch Tag, mach auch Tag. Wir sind Tränke jetzt. Bei Brot. Tränke sind nicht erlaubt, oder? Doch, oder? Wie gesagt. Ne, haben wir doch gesagt. Was ist erlaubt? Ich war doch ganz am Anfang gesagt, keine Äpfel und keine... Loil, wie sie... Alter. Also keine OP, OP-Äpfel und keine Tränke. Na, na... Was? Da ist ne Witch. Ja, das war, das war, das war die, das war die Ansage. Och man, ich hätt noch nen Amboss machen können. Das war so dumm, ich hab meinen Ofen nimmer gefunden. Hätt ich noch 10 Minuten Zeit gehabt, hätt ich Fire Aspect 2 Schwert gehabt. Loil. Ja, gut. Hätt ich noch 2 Dias mehr... Hätt ich... Ne. Wer hat schafft das 3D-Schwert? 2 Dias mehr gehabt, hätt ich ein Ding gehabt. Hätt ich Verzauberung gehabt. Echt? Du hast Sharpness 3D-Schwert. Nein, hab ich nicht. Nein, das hat keiner Sharpness 3D-Schwert. Ich hab Dränke, man. Achso. Und die darf ich nicht benutzen, oder was? Dann werf's weg. Wollen wir schon dann recorden? Ne. Ey, das ist Heilung, Heilung. Hier. Jeder, jeder geht in sein Start-Ding wieder rein. Ok. Ach man, das war so schlecht, das ist so schlecht von mir. Ja, ich werf kurz meine Dänke weg. Und jeder baut auch diesen Block wieder ab und baut sich hoch und dann geht's los. Was? Ich hab den Block nicht mehr. Ich hab keinen Block mehr. Du hast doch, du hast doch in das Ding, hast du doch nen Block reingesetzt. Den kannst du abbauen und dann kannst du den da hinsetzen. Ich hab doch keinen Block reingesetzt, ich hab so ein Holz-Ding abgebaut. LoR! Ahua! Ahaha. 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 Ok, ähm. Willst du mir jetzt los machen? Nein, noch nicht. Warte, ich muss los. Aber kein Target, oder? Weil, wenn fünf Leute auf nen Dia-Typen drauf kloppen ist... Ähm. Ja, gut, wenn fünf Leute auf nen Dia-Typen einkloppen... Ich hab meinen nein! Ich bitte... Es ist alles erlaubt. Ich hab meinen Narbis vergessen, weil die Eisensaligen hat Scharted. LoL. Alles klar, okay Jo, gut, dann würde ich sagen, geht's gleich los Zeh runter, zeh runter, damit ich aufnehmen kann Zehn, neun Du hast drei, zwei, eins, es reicht Achso Drei, zwei, eins Go Ja, da sind wir jetzt Beim finalen Kampf Wir sind hier alle wieder Alle fünf da, am Spawn Und ich glaube, es geht noch nicht los, geht's schon los? Nein, ich soll doch, ich soll wieder in dieses scheiß Ding reisen Achso, ich hätte gedacht, geht los jetzt Ganz entspannt, geht noch nicht los Wir haben noch ein bisschen Zeit, um zu reden Um uns zu unterhalten Die Ruhe vor dem Sturm Ja, wie gesagt, wir waren jetzt Drei Wochen fahren, ungefähr eine Stunde Ja, richtig Und wir sind alle mehr oder weniger gut ausgerüstet, glaube ich Halt es so sein Ja, halt Tim hat keine Rüstung an bei mir Ja, Tim Tim willst du ohne Rüstung kämpfen? Ja, ja, ich habe schärfe fünf Dierschwert Alles klar Alles gescheatet Ähm, also, ich würde sagen, wer macht Cuntdown? Äh, ich Ja, du Okay, los Fünf Was? Zier Drei Zwei Eins Und los geht's Möge den Kampf fair gewinnen Äh, fair beginnen Der Diertyp verpisst sich, Euskart Jo, klar, mit Lava Äh, Aua Aua, Aua Oh, der hat Lava Ja, Alter Oh, nein Warten wir mal, was ist die Blöcke? Ich muss die Lava abbauen Ich schubst dich mal Nein Nein Oh mein Gott, ich bin tot Ich bin tot, ich bin tot Ach du Scheiße, was ist das? Oh Gott Ja, wo bist du? Ich wollte nur die Scheiße Lava abbauen, warum bin ich nicht? Was ist das? Nein Ach, nice Oh, lol, 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 ich hab kein Essen Oh Gott Ja, danke für die vielen Pfeile, ne? Ich geh mir, ich geh mir mal schnell in den GameMod Als ob du einen Bogen hast Ich hab einen Power 3 Bogen gehabt Was? 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 Flucht! Oh, da ist ein Power 3, ooooh Ja Aua Aua Hilfe Alles klar Ey, bleibt mal stehen, Jungs Nein Fuck DIE Ich bin tot Ich geh mal GameMode Wieviel Leben noch 1 2 3 3 Okay Oh mein Gott, oh mein Gott oh mein Gott Sie vom Sniper Ah ho 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 Digi Alter Tim und Steffen LOL Feuerzeug. Wer macht das? Tim mit der stärkeren Rüstung. Ja, aber... Tränken ist dir nicht erlaubt? Goldapfel. 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 Ja nochmal, Goldapfel ist dir erlaubt. LOL, Alter! Ohohoho! Die PvP-Skills. Und jetzt kommt er mit dem Bogen. Jetzt versucht er zu snipen und er trifft nicht. Der dritte Pfeil war wohl. Ich hab drei Stücke getroffen. Der fünfte Pfeil. Ohohoho. FPS-Profi. Oh, die Enderperle. Die Enderperle. LOL, Alter, was hast du denn alles? Tim, Tim... Tim richtet... Noch ein Goldapfel. Tim rennt! Hä, was hat der denn alles? Das ist ja heftig. Tim rennt! Du hast doch Full Diaries. Du beschwerst dich, was der alles hat. Ja, was hat der denn alles? G, 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 Z ansteppen. Das war's. Das war's. Dieses Item. LOL. Also er ist richtig gut im PvP. Aber was hat der denn? Zwei Enderperlen, kann es sein? Zwei Goldäpfel? Einfach alles. Bogen. Der Minecraft-Profi. King 9000 hat gewonnen. GZ. Ja, was hat der denn alles? GZ, GZ, GZ. Er hat noch einen Goldapfel. Ja, natürlich. Ich hab drei Stück. Ich hab einen aus dem Dorf. Ich hatte keinen Goldapfel. Ich hatte auch keinen Goldapfel. Ich hatte auch keinen Goldapfel. Ich hatte auch keinen Goldapfel. Ich hab das meiste Gold aus Tempel und Dungeon und so bekommen. Ja, die gute war ein Tempel. LOL, Alter. Alles klar. Gut. Ich bin so dumm. Und ich bin so dumm und lauf hier in die Lava rein. Und, Mann. Das war meine Lava. Ja. Ich wollte die Lava eigentlich abbauen. Und dann, äh, und dann hat er mich da reingeschubst. Mein Gott. Du hast mir... Eigene Englische. Du hast mir vorhin so einen Schock eingejagt, als ich da oben stand und du hast... Ich hab nämlich grad verzehlt. Oh, wenn jetzt irgendwas kommt, ich hab keine Rüstung an. Ich bin so tot und auf einmal hittet mich was, Alter. Ich bin so zusammengezuckt. Ohhhh. Aber auch ihr hattest das Gespräch mal gefunden. In der nächsten Höhle. Ich hab die ganze Lava gefunden. Ohne Witz. Ohne Witz. Und auf einmal hittet mich was. Ich denk, krass, alles okay bei dir? Ohne Witz, wir hätten 6 Level gefehlt, um mir einen Fire-Aspekt, äh, Verzauberung zu machen. Oh. Und dann, äh, dann wär das... Alter, das wär so anders ausgegangen. Ich hab viel Herz. Aber Leute, falls euch das Projekt gefallen hat, schreibt's in die Kommentare und lasst Like da. Ich weiß, beim nächsten Mal könnten wir vielleicht länger machen, oder? Ja, ich glaub, länger wär auch besser. Und vielleicht nur... Länger wär wär besser. Vielleicht machen wir mal 8 Folgen a 15 Minuten oder sowas. Anstatt 3 Folgen a 20. Ja, das wär dann 10. Und mit mehr Leuten, da wird's vielleicht noch spessiger. Oder, dass wir sagen, 8 Folgen, äh, zum Farmen und dann kann man angreifen. Aber man kann auch weiterfarmen. Das ist halt... Wir verlängern die unnötige Sendezeit. Wir verlängern die unnötige Sendezeit. Und, äh, die Leute fliegen alle rum. Hacker! Hacker! Eindeutig Hacker! Ich hab gewonnen! Ich hab gewonnen! Ja, das war eindeutig Hacker. Ja, das war... Ja, das ist! Das war ein eindeutig Hacker. Wer hat unser schönes A abgerissen? Ich nicht. Das war Steffen mit seinem Feuerzeug. Steffen! Steffen mit seinem Feuerzeug? Ja, das war die Lava voll. Ah! Und hat überhaupt irgendjemand schon gesagt, wie das Projekt, äh, ausgeschrieben heißt? Äh... Aonil, Aonil heißt das Projekt. Ja, aber warum? Warte, ich schreib, ich schreib. Weil... Aonil! Aonil! Und ich hab keinen Skill! Und ich hab keinen Skill! Das läuft schon wieder Sumeräne! Haha! Ich bin innerhalb von den ersten drei Sekunden gestorben. Aber jetzt hat... GAMEMOD 1 gegen GAMEMOD 1! Bist du wirklich in der Lava verbrannt, Steffen? Gerade eben, ja. Lol. Hast du dir noch was an? Vorhin, meinst du vorhin? Ja. Nein! Hä? SlashMe? Ey, kennst du nicht? Nee. Kenn ich tatsächlich nicht. Was ist denn SlashMe? Gibt's nicht. Ey! 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 Nein! Schnapp dir, fress dich! Lol, ich bin im Neta. Ey, ich bin im Neta. Lol, ich bin immer im Neta. Aha! Komm! Alles klar! Komm, ja, komm, komm. Setz dich nicht an! Halbes Herz. Ja, okay, zünde mich halt an. Ist okay. Brenner! Ich lauf schnell... Brenner! Ich brenne selbst! Alles klar, Leute. Von mir war's das. Bis dann. Schau mal an dem vorbei. Tschüss! Ciao! Jo, von mir war's das auch. Macht's gut. Haut rein und tschüss!